Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! Ich erzähle euch eine Geschichte. Eine Geschichte über den Sternenhimmel. Es gibt dort oben ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ja, ist so viel los. Der König ist gerade nachdenklich und sehr zurückhaltend. Er möchte alleine sein und er zieht sich in seinen Bereich zurück. Er weiß aber, dass ein wichtiger Gespräch nähert sich und er wird einen Vertrag unterschreiben. Die Königin beobachtet das alles. Sie nimmt es schon wahr, dass er so zurückhaltend ist und sie nimmt es zu persönlich. Sie wirkt momentan sehr unsicher. Sie sollte aber ihre Ängste überwinden. Immerhin hat sie tolle Ideen und jetzt könnte sie das verwirklichen. Sie wird auch Glück haben, aber sie sollte das auch glauben. Außerdem, sie kann heute mit einer angenehmen Überraschung rechnen. Die schöne Prinzessin ist auch sehr nachdenklich und lebt die Erinnerungen. Und das sind mit Tränen verbunden und das sollte sie abschließen, damit sie wieder zum Leidigkeit kommt. Weil das sind Gedanken und das hat mit ihrem Gegenwart gar nichts zu tun. Der hübsche Prinz kämpft um seine Rechte. Ja, er befindet sich gerade in einer rechtlichen Lage. Aber da kommt ein guter Ausgang. Nicht nur bei diesem Prozess, sondern auch in die Liebe. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologischen Hintergründe. Sonne und Mond steht in einer Quinkungsverbindung und das löst Unsicherheit aus, Besonderes bei der Königin. Mond entfernt sich schnell von dieser Position und dann hat die Sonne keine anderen Verbindungen. Und das heißt, der König möchte alleine sein. Und das in der Tierkreis zeichnen Krebs. Und das bedeutet auch eine gewisse Rückzug. Eine rückläufige Merkur nähert sich zum einen Verbindung zum Sonne. Und das heißt, ein wichtiger Gespräch nähert sich und ein Vertrag ist natürlich auch möglich. All das in der Tierkreis zeichnen Krebs nach indischen Berechnungen. Mond bewegt sich im Tierkreis zeichnen Wassermann im Mondhaus Schatabi-Scha. Dieser Mondhaus bedeutet übersetzt 100 Ängste oder 100 Glück. Und das heißt, in diesem Bereich, wo gerade der Mond bewegt, sind es sehr viele Glückssternen. Aber die Angst blockiert. Und dieser Quinkungsaspekt zur Sonne löst natürlich diese Unsicherheit und Ängste aus. Das entspricht der Stimmung der Königin. Es kommt heute ein Sextil zwischen Mond und Uranus. Und das ist eine angenehme Überraschung. Eine Verbindung nähert sich bzw. ist schon im Orbis-Bereich zwischen Mars und ein rückläufiger Jupiter. Ein Trigon. Und das bringt Glück, ein guter Ausgang in eine rechtliche Lage. Aber Jupiter hat nicht nur mit Gerechtigkeit oder einer rechtlichen Lage was zu tun, sondern Jupiter bringt auch Glück. Venus bildet sich in Opposition zu einem rückläufigen Pluto. Die schöne Prinzessin, das ist die Venus-Energie, hat aber auch mit Liebe etwas zu tun. Diese Opposition spiegelt etwas. Die Rückläufigkeit von Pluto bedeutet Vergangenheit. Und Pluto vermittelt etwas sehr Wichtiges, gerade die Vergangenheit abschließen. Die schönen Erinnerungen natürlich bewahren und behüten. Und all das, was mit Tränen verbunden sind, abschließen. Das hat mit Gegenwart gar nichts zu tun. Und das war die Quelle für meine Geschichte. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici Eure Dendera Susanna Medici